Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, heute mal ein Video, ein Video spontan. Das Jahr ist ja noch nicht rum, aber ich denke mal so ein bisschen, ein kleines Resümee schon mal jetzt, halte ich für angebracht, denn so ein bisschen möchte ich über Motivation, auch vielleicht so ein bisschen fotografisches Tief, wie habe ich mich da motiviert, was ist so zwischendurch gewesen, warum war das so und ja, wie kann man trotzdem sehr positiv in die Zukunft gucken. Von daher heute mal wieder ein kleines Labervideo und ich bin schon jetzt auf euer Feedback gespannt, also dranbleiben, hoffentlich spannend. Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, noch unter dem Eindruck des Urlaubs, der jetzt zwei Wochen, zweieinhalb Wochen her ist, habe ich mich entschlossen, mal so ein Video zu machen, um mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen das Innere nach außen zu kehren. Ich habe ja schon oft diese Labervideos gemacht über Kreativität, Inspiration, Motivation und so weiter und ich dachte ja, ich habe ja immer so ein Generalrezept dafür und zwischenzeitlich war es aber in diesem Jahr wirklich so, um mal gleich da so einzusteigen, dass ich so festgestellt habe, also ich war wirklich auch in so einem Tief, so ein Tief, was sicherlich auch von außen beeinflusst ist durch die Situation, durch dieses ganze Jahr, natürlich auch durch die letzten drei Jahre, durch die aktuelle Situation und, 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 dass ich so gemerkt habe, dass ich mich wirklich super schwer aufraffen musste, um mal wieder zu fotografieren. Und, ja, das war soweit, dass mich also meine eigenen Bilder wirklich gelangweilt haben, dass mich andere Bilder gelangweilt haben, dass ich Videos haben mich gelangweilt und so weiter und so fort. Diese ganze Social-Media-Geschichte hat mich gelangweilt, dazu aber später mehr. Und, ähm, dann kam ja nun dieser Urlaub jetzt vor zwei, drei Wochen und der war wirklich wie eine komplette Reha. Und, äh, so im Nachhinein jetzt, so zwei, drei Wochen später, wo man ja wieder hier im Alltag ist, wie das immer so geht, sowas geht ja schnell rum, was sind da schon zwölf, 15 Tage und buff, bist du wieder komplett im Alltag, ähm, war es dennoch, ähm, die beste Entscheidung in diesem Jahr, diesen Urlaub tatsächlich zu machen. Auch wenn er vielleicht hier und da unvernünftig ist, weil man ja nicht weiß, was kommt, wo geht die Reise hin, so viel Geld auszugeben, um zwölf Tage eine Reise zu machen. Aber, ich habe halt für mich festgestellt, fotografisch war das die beste Medizin, denn zwischenzeitlich war es wirklich so. Natürlich, ähm, ist das auch so ein bisschen regional geschuldet, dass man, haben ja auch schon ein paar geschrieben, immer die gleichen Locations, immer die gleichen Orte, ja, na klar, ähm, wenn du halt am Wochenende losgehst, dann gehst du halt in dein näheres Umfeld und fährst nicht 500 Kilometer. Kann aber auch ein Fehler sein. Und, ähm, so sind natürlich viele Motive immer wieder gleich, auch wenn man die natürlich zu unterschiedlichen Tageszeiten besuchen kann und dort dann andere Stimmungen einfängt, war es dennoch so, dass mich das halt auch selber komplett gelangweilt hat. Und, ähm, im Urlaub habe ich dann mal wieder festgestellt, wie gut dennoch das als Training war, denn, ähm, ich hatte ja in dem Video berichtet über, über die Reise, dass ich vieles dort sehr intuitiv fotografieren musste, vieles aus der Bewegung fotografieren musste, weil ich halt nicht, denn es war ja nun mal auch Urlaub, da 10 Minuten, 15 Minuten rumstehen wollte, um auf jetzt das perfekte Motiv, wie ich es mir vorstelle, zu warten. Ähm, und da kam natürlich dann die Erfahrung von den Fotowalks, die ich zwischenzeitlich gemacht habe, halt so gute, dass ich halt schnell reagieren konnte. Von daher ist es halt nach wie vor so, egal ob man gute Ergebnisse, nicht so gute Ergebnisse hat, ähm, rauszugehen, um zu fotografieren, ist immer eine gute Idee, denn nur so bekommt man eine Sicherheit, ein Gefühl, ein Auge für eine Situation, die sich teilweise vielleicht auch sehr schnell und spontan ergibt, dass man dann halt reagieren kann und trotzdem schöne Fotos dabei rausbekommt. Ich habe auch festgestellt, dass diese ganze Diskussion, und ich habe ja da auch nicht mehr mitgemacht und, ähm, bin ja wieder umgestiegen auf meine Kompaktkamera mit einem festen Objektiv, die Leica Q2 Reporter, dass mir das dann auch wieder gut getan hat, denn ich habe eine Kamera, ich habe ein Objektiv, klar, ich habe einen gewaltigen Sensor drin, der mir viel Spielraum lässt, aber ich musste mich halt auch wieder bewegen. Und, ähm, diese ganzen Gedanken, was nimmst du für ein Objektiv mit, was könntest du vielleicht noch für ein Objektiv gebrauchen, ähm, schleppst du dich jetzt zu Tode, lässt du das zu Hause, nimmst du das mit, hat sich halt hier überhaupt nicht ergeben. Und, ähm, das war auch für mich, habe ich wieder festgestellt, die beste Entscheidung, dort zurückzugehen oder halt anders zu arbeiten, nämlich wieder mit einer Kamera, einem Objektiv, fertig, aus Schluss, sodass ich mich, ähm, halt wieder komplett auf das Motiv konzentrieren kann oder halt im Grunde schnell reagieren kann. Also, das war auf jeden Fall auch in diesem Jahr, das habe ich halt auch gemerkt, eine gute Entscheidung und bin absolut happy. Die Ergebnisse habt ihr ja im letzten Video vom Urlaub gesehen und auch schon in einigen Videos davor, das für alles mit der Kamera gemacht. Ähm, mit den Schwarz-Weiß-Ergebnissen bin ich sehr zufrieden. Hier und da ist auch mal wieder ab und an Farbe dabei. Ähm, ich sage immer so, Farbe ist für mich Urlaub von Schwarz-Weiß. Ähm, auch das macht mir Spaß, weil mir die Farben einfach so gut gefallen und weil ich, weil die Frage kam, die Tage per Mail, ähm, weil ich es halt für den einen oder anderen Auftrag jetzt gebraucht habe und auch brauche, dass ich auch halt einfach Farbe anbieten kann. Und, ähm, diese Reduktion wieder auf eine Kamera, ein Objektiv, ich kann nicht wechseln, das ist es halt fertig, aus. War für mich eine super Entscheidung und bin da absolut happy mit. Ähm, und das ist auch, glaube ich, so nach dem Urlaub so die Idee, dass ich festgestellt habe, lieber ein Wochenende mehr wegfahren, lieber doch vielleicht mal die Location wechseln, ähm, bringt mehr als ein neues Objektiv, womit du wieder zu den gleichen Stellen hier fährst und wieder die gleichen Sachen machst. Denn das ist so ein bisschen Balsam für die Seele, es ist mal wieder neue Einflüsse, neues Licht, neue Umgebung. Und, ähm, nichts ist so gut wie auch mal wieder andere Orte zu sehen und da mal zu fotografieren. Und das war wirklich so ein Aha-Erlebnis, was mich dann doch jetzt auch im Nachhinein danach wieder sehr motiviert hat. Ich habe wieder 120 Prozent Spaß dran, das war vorher nicht so der Fall. Und, ähm, ja, lieber mal mehr da hinein investieren vielleicht als in das sechste oder siebte Objektiv. Das ist so, habe ich so für mich festgestellt. Und, äh, von daher war diese Reise wirklich Gold wert. Dann habe ich so für mich festgestellt, dass, ähm, klar, ähm, je nachdem, was man, wie man fotografiert, und das wird vielen von euch sicherlich genauso gehen, da bin ich mal auf euer Feedback gespannt. Ich meine, klar, in erster Linie bin ich allein unterwegs, äh, beim Fotografieren. Da bin ich schnell, da kann ich mich, äh, so unter die Menschen mischen. Da kann ich das Tempo der Städte annehmen, halte ich für sehr wichtig, dass man halt nicht so auffällt. Und, äh, dennoch, ähm, war auch so ein Highlight, was mich wieder immens motiviert hat und wo ich immer wieder für mich die Erfahrung gemacht habe, ähm, alleine ist das eine, aber in der Gemeinschaft oder mit anderen Leuten sich auszutauschen. Fotografieren zu gehen oder allein schon sich zu treffen, um darüber zu sprechen, ähm, ähm, die Menschen hinter den Bildern kennenzulernen, ist ergoldwert. Ja, denn, äh, auch das ist eine Art von Motivation. Und da war halt dieses Meet & Street 2022 in Hannover eine wunderbare Veranstaltung. Die Vernissage vom Street-Kollektiv in Hamburg, eine wunderbare Veranstaltung, um Menschen kennenzulernen, sich auszutauschen, äh, vielleicht auch ein Stück weit, die Bilder besser zu verstehen, wenn man die Menschen sieht und kennenlernt, die diese Bilder machen. Denn, äh, ich bin ja immer noch der Meinung, dass man von Bildern ableiten kann, was für ein Charakter derjenige ist oder so ein bisschen die Art, wie jemand ist, wie er fotografiert. Und das hat sich in vielen Fällen für mich auf jeden Fall bestätigt. Als ich die vielen, vielen Leute dieses Jahr kennenlernen durfte, äh, deren Bilder ich, äh, schon über einen langen Zeitraum sehe und, ähm, toll finde. Also, auch das ist, ähm, so eine Einsicht, mehr miteinander zu machen, mehr sich zu treffen. Natürlich bin ich da ein bisschen neidisch, ähm, sowas wie die Street-Kollektive, die Ausstellung, die Vernissagen, die habe ich persönlich jetzt hier halt null. Und, ähm, wenn ich halt, ähm, sehe, was ich allein dieses Jahr alles verpasst habe, ähm, in Hamburg und auch in anderen Städten, ist, ist man da natürlich schon ein bisschen neidisch. Aber da muss man halt den Allerwertesten hochkriegen und wirklich sagen, los, komm, das ist es mir wert, da fahre ich jetzt mal hin. Denn immer so in seinem kleinen Kämmerlein zu sitzen, ähm, ist halt auch nicht das Wahre. Und dieser Austausch mit Menschen ist unbezahlbar und bringt so viel Inspiration, so viele neue Ansätze, so viele neue Ideen in jeder Hinsicht. Eine Art der Fotografie, Herangehensweise, die Idee dahinter. Und, ähm, das fördert auf jeden Fall die eigene Entwicklung. Und auch das kam ja dann so jetzt dann vor einigen Monaten mit den Veranstaltungen, hat mich dann doch auch wieder enorm rausgezogen und motiviert, ähm, dann auch wieder loszuziehen. Und, ähm, ich freue mich halt immens, jetzt steht hier Futopia in Hamburg an, da auch viele, ähm, zu treffen, die ich zum ersten Mal teilweise jetzt treffe, die ich schon jahrelang kenne. Und, ähm, mich mit denen einfach auch mal hinzusetzen und ein Bier zu trinken und, ähm, zu quatschen und sich auszutauschen. Und es ist dann doch auch noch mal ein anderes Gefühl, wenn man die Menschen kennt. Und, ähm, ich glaube halt, man versteht dann die Bilder auch noch mal ganz anders. Und von daher kann ich es nur jedem empfehlen, auch wenn man sagt, ich bin alleine am besten, ich bin alleine am schnellsten und so weiter. Aber hier und da und ab und an mal mit anderen loszuziehen, ist wirklich Gold wert. Auch eine große Inspirationsquelle sind halt nach wie vor für mich Bücher. Ganz klar Bücher. Viele tolle Bücher dieses Jahr lesen können. Mir wurden Bücher zur Verfügung gestellt, die ich lesen konnte. Und, ähm, ich kann jedem nur ans Herz legen, unabhängig, ob das jetzt Laika ist oder nicht Laika ist. Das ist der Podcast von Michel Birnbacher, Laika-Enthusiast. Müsst ihr einfach nur suchen, findet ihr. Ähm, ist für mich, freue mich schon jede Woche, wenn dieser Podcast kommt, weil er dort unterschiedlichste Fotografen im Podcast hat. Meistens so eine Stunde, manchmal auch etwas mehr. Ähm, es war ein Kriegsreporter dabei. Es war, ähm, ich jetzt drüber nachdenke, Fotograf von Borussia Dortmund. Ähm, es sind, ähm, ähm, Street-Fotografen. Es sind alles dabei und, ähm, allein da zuzuhören. Diesen Menschen zuzuhören, die ja auf einem ganz anderen Level unterwegs sind, die auch einen ganz anderen Ansatz haben. Ähm, das, ähm, größtenteils, ähm, sind es Berufsfotografen, was deren Job ist. Wie die über die Fotografie denken und reden, er bringt einen auch immer mal wieder so ein bisschen wieder auf den Boden zurück. Ähm, und ich kann jedem nur empfehlen, diesen Podcast zu folgen und sich das mal anzuhören, weil es sind, ähm, großartige Leute dabei, ähm, was einfach unheimlich spannend ist und interessant ist, unabhängig jetzt mal von der Kameramarke. Aber einfach mal denen zuzuhören, mit welchen Unwägbarkeiten, mit welcher Motivation, mit welcher Erfahrung, die teilweise über Jahrzehnte dort halt, ähm, unterwegs sind. Also ein, ähm, also eine Perle an Podcast, an, ähm, Abwechslung. Wie gesagt, Leica Enthusiast, Michel Birnbacher, findet ihr, findet ihr in jedem Fall. Ich durfte da ja auch schon mal zu Gast sein. Und, ähm, ganz, ganz großartige Fotografen, wo man einfach auch mal selber so ein bisschen wieder auf den Teppich kommt, wenn man dazu hört. Äh, darüber hinaus die neuen Magazine, Soul of Street Magazin, ganz großartig. Ähm, Schwarz-Weiß Magazin, Lehm Magazin aus dieser Facebook-Gruppe. Auch das ist Inspiration, einfach mal wieder die Tür ein bisschen öffnen, seine Scheuklappen mal so ein bisschen auch wieder abzunehmen. Mal so, ja, mal wieder neuen Input zu bekommen. Und, ähm, das waren auf jeden Fall tolle, tolle Ereignisse bisher. Ich weiß, es kommt dieses Jahr noch ein bisschen was, aber, ja, gerade wenn man mal selber nicht so motiviert ist, wenn man ein bisschen so in so einer fotografischen Krise ist, in so einer zweifelnden Krise ist, einfach mal diese Dinge nehmen, einfach mal solche Sachen. Sich auch mal vielleicht, die Kamera mal zwei Wochen nicht anzufassen, habe ich auch gemacht. Auch das hat sehr, sehr gut getan. Und dann halt sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, ähm, hat auf jeden Fall wieder einen richtigen Schub gegeben. Ähm, ja, das Social Media Thema, auch das hier, das YouTube Thema, ähm, auch da hatte ich so ein bisschen in diesem Jahr so ein bisschen die Nase voll. Und, ähm, wie diese Thematik, wie Instagram sich verändert hat, was ja nicht das Maß aller Dinge ist, ähm, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und das sieht man einfach auch auf vielen anderen Plattformen, ähm, Werbung, äh, diese Kurz, Kurzlebigkeit, äh, Bilder anzuschauen, ähm, Bilder in, 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 auf dem Handy sich anzuschauen. Und, ähm, all das wird immer schneller, immer kurzweiliger und, ähm, verliert bei mir so ein bisschen auch die Bedeutung. Und, ähm, ich habe ja über Vero, ähm, berichtet. Äh, äh, das ist halt etwas anders da. Und, ähm, man nimmt sich dort wirklich mehr Zeit, um sich Bilder anzuschauen. Und, ähm, man mag darüber denken, was man will, aber einfach mal die Möglichkeit zu haben, Bilder in der vollen Auflösung zu sehen, ähm, dass man wirklich neue Leute kennenlernt, dass man auch wirklich Feedback bekommt, dass man auch sich selber die Zeit nimmt. Ich nehme mich da ja nicht raus, mal was zu schreiben und, ähm, ist auch wohltuend. Und, ähm, ich bin gespannt, wie sich das dort entwickelt und, ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, es gibt schöne Facebook-Gruppen, ähm, auch da hat sich ein bisschen was getan, ähm, ist halt doch, ähm, ja, ein bisschen anders geworden. Aber dennoch, ich bin froh, dass ich meine Homepage habe, die ich, ähm, hier und da aktualisiere. Ähm, ähm, ich bin sehr, sehr erstaunt und glücklich, was gerade so die letzten Wochen, jetzt, letzten zwei Wochen, habe ich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen über meine Homepage und, ähm, Foto-Workshops. Und Fotowalks, die ich jetzt machen darf mit, ähm, Interessenten. Ähm, ganz interessantes Fotoshooting steht bevor für Unternehmen. Da bin ich auch gespannt, das ist auch für mich dann Premiere. Schauen wir mal. Und das sind Dinge, die wertvoll sind. Und manchmal ist es halt auch wieder so, wenn man gar nicht damit rechnet, ähm, gehen Türen auf. Oder man bekommt, äh, plötzlich Feedback oder Anfragen, ähm, was einen ja doch dann wieder auch bestärkt, dass man sagt, Mensch, du bist schon auf dem richtigen Weg. Ich meine, dass wir alle irgendwo ein fotografisches, ähm, Vermächtnis hinterlassen. Ich glaube, die Zeiten sind heutzutage vorbei. Dafür ist es einfach, ähm, unfassbar viel, was täglich an Fotos auf einen einprasselt. Aber wenn man so eine kleine eigene Handschrift kreieren kann, mit der man unterwegs ist, dann, finde ich, kann man doch schon sehr zufrieden sein. Und das macht, ähm, glücklich, das motiviert. Und, ähm, von daher schaue ich da schon sehr positiv in die nächsten Monate, was auch wichtig zurzeit ist, positiv zu bleiben, was die Einstellung angeht. Und, ähm, ja, wie gesagt, ähm, Inspiration, sich von vielen, vielen anderen zu holen, mit vielen anderen zu sprechen, halte ich, oder nach diesem Jahr, absolut für fast das Wichtigste, was vor allen anderen Dingen steht. Auf jeden Fall nach diesen ganzen letzten Jahren, kann man jetzt ja schon sagen, die letzten Jahre hier auf YouTube, diese fotografische Reise, in der ich mich ja immer noch bewege und, ähm, immer noch für mich hoffe, immer so eine Stufe, mich weiterzuentwickeln, ähm, egal, glaube, egal wie gut oder mit welchen Ansätzen man fotografiert, ähm, was ist überhaupt gut, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ähm, schwieriges Thema, ähm, gut für einen selber, ja, in erster Linie, das sollte der, das sollte absolut der Fokus sein, dass man selber zufrieden ist mit dem, was man da macht. Ähm, glaube ich, kommt jeder in so eine Phase, dass man die Lust verliert oder die Motivation verliert oder mit seinen Bildern unzufrieden ist. Und dann ist es auch mal wieder schön, sich die alten Bilder, mittlerweile ja von den letzten vier, fünf Jahren, habe ich halt auch in der Zeit gemacht, mal wieder angeschaut, mal wieder geguckt, was habe ich damals anders gemacht oder was waren da so die Highlights für mich in meinen Bildern. Und sich daran einfach auch zu erfreuen, was man denn in einem bestimmten Zeitraum schon erleben durfte durch die Fotografie, wen man kennenlernen durfte, wen man, welche Veranstaltungen, Aktionen man, ähm, mitmachen durfte. Und genauso jetzt wie die Fotopia, wo ich ja eingeladen worden bin von Frank Fischer, wo ich mit Michael Ziegern zusammen ein bisschen über meine Fotografie reden werde an dem Freitag. Das sind schon tolle Dinge. Und, ähm, wie gesagt, das ist ja für mich alles nach wie vor noch keine Normalität und Selbstverständlichkeit. Ich freue mich da sehr drüber, weil es für mich immer noch, und es wird auch immer so bleiben, was Besonderes ist, die Kontakte, die ich zu vielen Menschen habe, die vertrauensvoll mir Equipment schicken, auch das ist nicht für mich selbstverständlich. Und das zeigt auch, und daran sollte man sich halt auch erfreuen, also wichtiger denn je ist das Miteinander, sich selber nicht zu ernst und zu wichtig zu nehmen, auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, einfach auch mal mit dem zufrieden zu sein, was man in den letzten Monaten, Jahren gemacht hat, sich an anderen Dingen erfreuen und einfach auch reden miteinander, um mal wirklich Leute kennenzulernen. Wer ist das hinter dem Bild, wenn ich die Chance habe, mal hinzufahren und gar nicht so sehr, klar freue ich mich auf die Messe in Hamburg, aber ich freue mich in erster Linie auf die Menschen auf der Messe. Viele, die ich seit Jahren begleite oder mit denen man geschrieben hat oder auch schon mal telefoniert habe, die ich dort zum ersten Mal treffen werde, das ist eigentlich für mich das Highlight so einer Messe. Und wenn es dazu noch ein paar tolle Vorträge gibt, die man sich anhören kann, aber meisten freue ich mich auf die Gespräche, auf den sozialen Austausch, untereinander, miteinander zu quatschen. Und eins kann ich versichern und aus der Erfahrung auch in diesem Jahr mit den Veranstaltungen, alle, wo ich war oder wo ich auch hingefahren bin, ich habe selten so eine tolle Gemeinschaft dann dort vor Ort erlebt, wie bei diesen Meeting Street, Vernissagen in Hamburg und so weiter und so fort. Das war fantastisch, alle haben sich auf Augenhöhe begegnet, alle haben miteinander gequatscht, es sind viele tolle Kontakte entstanden und das ist absolut wertvoll und solange wir das machen können und solange Gott sei Dank es ja auch wieder möglich ist, solche Dinge zu machen, das sollte, finde ich, der Fokus sein und das ist auch mein Ansatz und endlich mal wieder ein bisschen hierhin, dahin, um sich Inspiration zu holen. Ja, ich fand es war ein herausforderndes Jahr bisher, aber mit vielen Highlights, ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen mal dieses Gequatsche und dieses Labervideo nachvollziehen, ihr könnt ja mal schreiben, wie euch das so ergangen ist, dieses Jahr, das letzte Jahr, was waren für euch so die Highlights oder gab es auch so diese Tiefen oder wie steht ihr, gut, über Social Media kann man abendfüllende Themen machen, das können wir mal live machen wieder. Ja, wie motiviert ihr euch und wie seht ihr so die Entwicklung in diesen ganzen Bereichen? Ich dachte, ich quatsche mir mal so ein bisschen ein von der Seele und damit ihr mal so ein bisschen eine Idee habt, wie so für mich so ein Jahr verlaufen ist und auch, dass es durchaus bei mir genauso Tiefen und fast schon Bocklosigkeit in dem Bereich gab, aber wenn man dann doch eine positive Einstellung behält, kommen immer wieder schöne Dinge und dafür lohnt es sich doch und das ist doch das Tolle, was uns verbindet. Wir schauen uns hier die Videos gemeinsam an, wir kommentieren, wir freuen uns über tolle Bilder, die wir sehen, Highlights, wir lachen über Bilder, wir sind nachdenklich bei vielen Bildern und das ist doch das Schöne, was uns verbindet. Also, ich bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt oder auch nicht, wenn nicht, hoffe ich, es war trotzdem interessant und danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch was Schönes und ich hoffe, wie gesagt, den einen oder anderen vielleicht in Hamburg zu sehen und dann quatschen wir und trinken Bier. Also, bleibt gesund, macht was Schönes. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss. Tschüss.